Man sagt, am Anfang war das Feuer. Es spendet Licht, Wärme und ermöglicht dem Menschen die Verarbeitung von Metallen. Die Fähigkeit zu gießen, schmieden und zu fräsen erlaubt es uns Brücken zu schlagen, Ozeane zu überqueren und große Ideen Wirklichkeit werden zu lassen. Heutzutage ist der Bedarf an neuen flexiblen und effizienten Produktionsmethoden groß wie nie. Nach jahrelanger Forschung und Entwicklungsarbeit wird nun ein neues Kapitel in der Metallverarbeitung geschrieben. 3DMP – 3D Metal Printing Es wird seit 100 Jahren geschweißt in der Konstruktion, im Bau, seit mindestens 15 Jahren 3D gedruckt. 3DMP ist die Brücke zwischen beiden Technologien und das Ganze einen Schritt weiter gedacht. Wir sehen das 3DMP-Verfahren als neuen Industriestandard. Das heißt, das 3DMP-Verfahren geht weit über die klassischen Bereiche des 3D-Metalldrucks hin aus. Wir bieten Ingenieuren, Designern und Unternehmen damit völlig neue Möglichkeiten. Das heißt, wir können zum Beispiel ein Bauteil in den Hohl gestalten, um eine Kugel herstellen zu können, genauso wie integrierte Strukturen, die zum Beispiel dazu dienen, dass man ein Druckgusswerkzeug kühlt. Durch die Verschmelzung traditioneller und moderner Technologien haben wir etwas völlig Neues geschaffen. Das 3DMP-Verfahren. Dafür haben wir drei etablierte Komponenten miteinander verbunden. Erstens das Lichtbogenauftragsschweißen. Zweitens die computergesteuerte Fertigung. Drittens etabliertes Interface für eine fließende Einbindung in den Arbeitsprozess. Alles zusammen revolutioniert den 3D-Metalldruck. Das 3DMP-Verfahren ermöglicht uns, größere Bauteile zu bauen als bisher und darüber hinaus auch deutlich schneller. Wir können neuere Märkte eröffnen damit und neue Kunden gewinnen. Und dabei sind wir nicht nur schneller und unkomplizierter, sondern auch wesentlich effizienter. Wir bieten eine höhere Materialvielfalt, reduzieren den Verbrauch, die Produktionszeit und sogar die Kosten drastisch. Selbst aufwändige Arbeiten lassen sich von uns flexibel realisieren und die hohen Qualitätsanforderungen einhalten. Wir sind dabei für Drahtauftragsschweißverfahren eine Prozesskette aufzubauen und zu erforschen, die es ermöglicht auch sicherheitskritische Bauteile in diesen Verfahren herzustellen. Und dadurch, dass 3DMP ein klassisches Schweißverfahren ist, gibt es dafür schon Standards und Normen. Und so können sicherheitsrelevante Bauteile schneller qualifiziert und in Einsatz gebracht werden. Das 3DMP-Verfahren bietet kurze Vorlaufzeiten bei der Materialbeschaffung, Auftragsschweißen in fünf Achsen ohne Stützstrukturen, endkonturnahe Druckergebnisse, Fertigung großvolumiger Bauteile, additive Reparaturen an bestehenden Bauteilen, fließende Einbindung in bestehende Arbeitsprozesse. Und das alles hat bereits heute schon vieles einfacher und besser gemacht. Wir glauben, dass 3DMP eines der zukunftsträchtigsten Verfahren in der additiven Fertigung ist und unterstützen daher sowohl mit Hardware- wie auch mit Softwarekomponenten, um den Marktdurchdringungen noch stärker voranzutreiben.